Hallo, ich bin Jack. Das ist mein Fahrtfahrtbruder. Jetzt zeige ich uns die einzelnen Fahrzeuge. Ein Glaschlepper. 5000 Serien. Ha, es gibt auch noch so einen für das Holz. Das habe ich mir jetzt gerade gemerkt. So einen gibt es auch noch. Oh, den da. Das ist ziemlich schwer, aber für mich. Ha, da kann ich auch noch was anhängen. Ja. Da kann ich auch die Tür aufmachen. Da muss ich das Lenkrad reinstecken. Kann der da auch mit Sofa an. Der könnte ja auch mal sein Seil dran machen. Damit das Holz ziehen kann. Das können wir ja mal versuchen können. Ha. Da kann man auch was dranhängen. Ha. Da. 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 Da.